Die Börsenminute von Julia Kistner Die Kreditzinsen sind stark gestiegen, die Immobilienpreise noch nicht wirklich zurückgekommen. In Österreich sind sie laut österreichischer Nationalbank im zweiten Quartal 2022 um 13% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Baupreise um 15%. Stark zurückgekommen sind hingegen Europas Immobilienaktien. Sie werden häufig unter ihrem inneren Wert gehandelt. Das heißt, der Börsenkurs liegt unter dem Marktpreis der Immobilien in ihrem Besitz abzüglich der Schulden. Investiere ich jetzt also günstiger und besser in Immo-Wertpapiere als in reale Realitäten? Jein. Der Preisverfall der Immo-Aktien hat natürlich auch Gründe. Zum einen muss man genau schauen, ob es sich um Immo-Entwickler handelt, die ihre Immo-Projekte noch gar nicht entwickelt haben und unter den hohen Baupreisen und den steigenden Finanzierungskosten besonders ächzen. Ich muss vor allem auf ihre Schulden schauen. Zum anderen reagieren Aktienmärkte nicht so träge wie die Immobilienmärkte und könnten schon einen Preisverfall vorweggenommen haben. Dann kommen etwa in Deutschland hohe Kosten für Klimaschutzsanierungen auf Immobilieneigentümer zu, die sie nicht auf die Mieter umwälzen können. Und die IG Bau fordert gar Teilverstaatlichungen von den großen Wohnkonzernen Vonovia und LEG Immobilien. Auch Mietpreisdeckel bleiben eine gefährliche Drohung. Die Rezession könnte zu Mietausfällen führen, Nebenkosten nicht bezahlt werden und und und. Faktum ist andererseits, dass etwa die Aktie der Wohnbaugesellschaft Vonovia seit Jahresbeginn 44% verloren hat und am Dienstag von der Ratingagentur Moody's von A3 auf BAA1 zurückgestuft wurde, eben wegen den hohen Finanzierungskosten. Analysten sehen den DAX-Wert, der bei 23 Euro notiert, trotz allem bei einem Kursziel von 34 Euro. Vonovia steht bei UUBS und Goldman Sachs auf BYE. Auch der MDAX-Wert LEG Immobilien hat seit Jahresbeginn knapp 44% eingebüßt. Ihr Chart hat aber auch schon wieder auf grün gedreht. Der LEG Immobilienkurs legte in den letzten fünf Tagen 4,39% zu. Auch diese Aktie wird von den meisten Investmentbanken zum Kauf empfohlen, obwohl die Gewinnprognosen nach unten revidiert wurden. Die steigenden Zinsen fressen eben die Gewinne auf. Ich persönlich bin mit meinen LEG Immobilienaktien auch deutlich im Minus. Ich glaube aber weiterhin an den Emo-Wert und begnüge mich bis zur Kurserholung mit einer stattlichen Dividendenrundit, die für die letzten zwölf Monate bei 4,07 Euro je Aktie liegt. Das ist beim derzeit niedrigen Kurs der LEG Immobilien eine Dividendenrundit von 5,94%, sprich Dividende je Aktie dividiert durch den aktuellen Börsenwert mal 100. Nachkaufen traue ich mich LEG Immobilien angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren für Imo-Aktien dann aber doch nicht. Ihr schon? Hinterlasst mir doch ein Kommentar über eure Einschätzung von Imo-Aktien oder schreibt mir an julia.geldmeisterin.com. Ich freue mich! Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.